Ups, Trutzigrabbelfix, noch einmal. Hallo Leute, leider fädelte ich an der Torstange ein, oder wie man bei uns in Österreich sagt, jetzt hau'n ich eingefadelt. Frühmorgens auf der Piste bin ich halt noch etwas bocciert. Ungeschickt, würde man im hohen Norden dazu sagen. So tramhappert, dass mir die Ohrwascheln zum Flattern aufhangen. Genug des alpenländischen Dialektabenteuers. Warum ich heute hier stehe, ist einer ehemaligen, sehr erfolgreichen österreichischen Skifahrerin geschuldet. Und eben diese inspirierte mich, ein Lied zu schreiben. Viel Spaß mit dem Song und bitte, bitte keinen Hals- und Beinbruch. Jetzt hau' ich eingefadelt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020